Hüftoperation nach MEC-MIN Künstliches Hüftgelenk mit Oberflächenersatz zum Erhalt des Hüftkopfes Mit dem Oberflächenersatz der Hüfte, dem sogenannten MEC-MIN-Verfahren, steht uns weiterhin ein hochmodernes Operationsverfahren zur Verfügung, was insbesondere bei jüngeren Männern zum Einsatz kommt. Es wird dabei nur der Hüftkopf überkront. Die gesamte Biomechanik der Hüfte bleibt erhalten und die Rehabilitationszeiten sind sehr kurz. Aufgrund der Erhaltung des Hüftkopfes und der Anpassung der Prothesenkomponenten an die Anatomie ist diese Operation sehr anspruchsvoll an den Operateur und bedarf einer langjährigen Erfahrung. Die theoretischen Vorteile dieses Verfahrens sind Knochenerhalt. Die MEC-MIN-Prothese kann, sollte einmal eine Wechsel-OP nötig werden, später immer noch gegen eine Hüft-Totalendoprothese gewechselt werden. Die Propriozeptoren, die sogenannten Knochensensoren, bleiben im nicht entfernten Hüftkopf und Schenkelhals erhalten. Damit besteht weiter eine normale Gelenkempfindung. Minimiertes Risiko von Beinlängendifferenzen und Luxationen, da die normale Biomechanik der Hüfte bestehen bleibt. Geringerer Blutverlust im Vergleich zur Totalendoprothese, da der Markraum des Oberschenkelknochens nicht eröffnet wird. Wie bei allen endoprothetischen Eingriffen ist auch hier ein ausführliches Aufklärungsgespräch und das Abwägen zu einem Einsatz dieser Prothese erforderlich. Damit das Operationsergebnis und eine lange Standzeit der Prothese gewährleistet werden kann, wird die Indikation sehr eng und kritisch gestellt. In den vergangenen Jahren gab es eine Vielzahl von Modellen für dieses Verfahren. Im Gegensatz zu den guten Ergebnissen der BHR-Prothese, die auch über zahlreiche wissenschaftliche Nachuntersuchungen und Studien verfügt, gab es einige Modelle, die nicht überzeugten und vom Markt genommen werden mussten. Das McMinn-Verfahren mit der BHR-Prothese wurde bereits über 150.000 Mal in den vergangenen 15 Jahren operiert. Immer wieder äußern Patienten ihre Zufriedenheit und fragen im Falle einer notwendigen Operation auf der Gegenseite nach dieser besonderen OP-Methode. Wir verwenden hier im Orthopädischen Zentrum in Frankfurt die McMinn-Prothese seit nunmehr zehn Jahren mit guten Ergebnissen. Gerne informieren wir Sie weiter bei einem persönlichen Beratungsgespräch hier im Orthopädischen Zentrum in Frankfurt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017